Liebe Wählerinnen, wie sollen die externen Reformer ihr Leben viel glücklicher, gesünder, länger, reicher machen? Diese Frage muss über allem stehen. Und die werden wir auch gleich beantworten. Wir werden nur einen kurzen Exkurs machen zur Situation, dass sich die neuen Parteien, dass wir leider befürchten müssen, hoffentlich haben wir Unrecht, dass sich die neuen Parteien jetzt schon wieder selbst zerlegt haben, ohne es zu merken, weil mittlerweile auch dort der basisdemokratische Gedanke wie eine Seifenblase zerplatzt ist, weil letztendlich ein, einige wenige Personen alles alleine entscheiden und zwar die Entscheidung, die entscheidende Entscheidung, welche externen Reformer, welche Angebote, welche externen Reformer verschweigt man der Parteibasis. und zwar nach dem eigenen Geschmack sozusagen, sodass die Parteien sich schon verwandelt haben in wie so immer einzelne Personen, haben meistens nicht ausgereifte Ideen über das Reformieren des Landes und haben dann einige Fans, die ihnen folgen. Die Idee, dass die Basis der Parteien sozusagen die Oberherrschaft behält über alles, ist schon gescheitert, weil wenn ich der Basis die externen Reformer verschweige, die empfohlenen und die sich anbetenden externen Reformer verschweige, dann ist die Basisdemokratie beendet, weil dadurch ist, durch das Verschweigen kommt es zu einer Verengung des Denkraumes und am Ende bleibt nur der Denkraum der wenigen Personen übrig und damit ist die Partei am Ende wieder genauso wie alle anderen auch. Nämlich es gibt ein paar Leute mit meistens unausgereiften Reformkonzepten, die auf einem großen Wissensmangel meistens beruhen und dann gibt es viele Fans davon, die den gleichen ähnlichen Wissensmangel haben und es gibt nicht mehr die Chance, dass vielleicht zufällig die Basis der Partei doch ungefähr einer repräsentativen Wederstichprobe geähnelt hätte und dann vielleicht beim Konsensieren über die ganze Bandbreite aller externen Reformvorschläge und Parteiprogrammpunkte-Vorschläge, dass daraus dann etwas Positives entstanden wäre. Wir kommen also gleich wieder zurück zu der Frage, liebe Wählerinnen, wie möchte man ihr Leben glücklicher machen? Ich beende nur diesen Exkurs hier erst einmal hier rechts unten an dem rundlichen Ding schneller drehen, weil ich ja versuche, so langsam wie möglich zu reden. Schauen wir es uns an. Also wir haben hier einmal die Situation, wir klicken auf nextscientistsforfuture.de, dann haben wir hier den Live-Ticker mehrmals täglich aktualisiert. Wenn man da drauf klickt, kommt man dann dahin, auf den Live-Ticker, wir haben das mal schon vergrößert hier. Und dann sieht man hier, hier bei Punkt Preradovic ist also David C. Sieber interviewt worden, David Claudio Sieber von der Ex-Grüne, von, mit dem ich auch schon lange telefoniert habe, der aber zuletzt auf meine Rückrufbitte noch nicht reagiert hat. Der hat also sozusagen immerhin die Partei, die Basis bekannt gemacht mit dieser Sendung, die man hier unten anklicken kann. Aber lange Rede, kurzer Sinn, diesen ganzen Text zusammengefasst. Das Basisdemokratische ist nicht mehr existent, weil letztendlich offensichtlich der Basis gar nicht das Entscheidende, das alles Entscheidende vorgelegt wird. Über welche Reformkonzepte wollen wir denn konsensieren, über welche alternativen Parteipunktformulierungen wollen wir denn konsensieren? Zum Beispiel, ich mache nur ein Beispiel, Gesundheitsreform, da hätten jetzt die Next Scientists for Future als externe Reformer eingebracht, sozusagen. Endlich wird mein Hausarzt nur noch für nachweisliche Krankheitsverhinderung und Gesundheitsförderung und Immunsystemstärkung belohnt. Dann hätten wir nämlich die ganze Kontroverse über Corona und Schweinegrippe nie gehabt, weil es dann ja nicht Wirtschaftsziel gewesen wäre, möglichst viele Tests und Impfungen zu verkaufen, sondern Wirtschaftsziel wäre gewesen, das Immunsystem der Bevölkerung und der Versicherten so zu stärken, dass das Immunsystem über Schweinegrippe oder Coronavirus regelrecht lacht. Und zum Beispiel, jetzt müsste man ja konsensieren, diesen Reformvorschlag, also der Arzt wird nur noch belohnt für nachweisliche Krankheitsverhinderung, Gesundheitsförderung, Immunsystemstärkung. Und jetzt müsste man andere Lösungen, zum Beispiel könnte jetzt ein anderes Lösungsmodell lauten, Gesundheitssystem verstaatlichen. Ja, und jetzt könnten dann die Kontroverse, würde dann lauten, dass die Next Scientists for Future zum Beispiel sagen würden, ja, aber Verstaatlichen verhindert nicht, dass jetzt die Ärzte, die haben jetzt zwar kein Verkaufsinteresse gegenüber Impfungen und Tests mehr, das ist schon mal gut, aber sie haben jetzt auch kein Interesse mehr, nicht in einen Gammelmodus zu verfallen, also faul zu werden und damit suboptimale Leistung zu bringen. Und dann können die Leute konsensieren und dann wird man sehen, zu was sie konsensieren, ob sie zu dem staatlichen Gesundheitssystem hin konsensieren oder eher zu dem, wo der Arzt belohnt wird, für nachweisliche Gesundheitsförderung, Immunsystemstärkung, Krankheitsverhinderung oder eben für das staatliche Modell. Das nur als Beispiel, so müsste konsensieren laufen, aber das ist schon wieder abgeschafft, weil das Entscheidende nicht getan wird, nämlich, dass alle reinkommenden Angebote von externen Reformern und auch alle anderen in Frage kommenden externen Reformer letztendlich der jeweiligen Parteibasis gar nicht zur Analyse gegeben werden. Und warum gibt es überhaupt externe Reformer, warum werden die nicht einfach mal so eben Parteimitglied? Ich wurde auch aufgefordert, mal einfach Parteimitglied zu werden bei die Basis. Warum können wir das nicht tun? Weil auch Professor Hans-Werner Sinn, der berühmteste Volkswirt in Deutschland, erkannt hat, man wird dann ja schubladisiert und dann ist man sozusagen vollends, Wir sind schon genug schubladisiert, dadurch, dass wir als bodenständige Linke sowieso eher schon wieder natürlich irgendwie schubladisiert werden. Sogar jeder Weltrat, jede Next Scientist for Future, jede Sonstigen werden schubladisiert. Aber es gibt keine schlimmere Schublade, als wenn man dann selbst Parteimitglied würde, dann wäre man sozusagen aus der Neutralitätspflicht eines Weltrates, der nur der Wahrheit verpflichtet ist und nichts anderes. Man wäre dann auch irgendwie den Parteiinteressen verpflichtet. Und das darf nicht sein, ja, und deswegen so jemand wie Professor Hans-Werner Sinn, der bietet seine Expertise sozusagen im Prinzip allen an und bleibt neutral. Und genauso müssen es die, machen es die besten Reformer, müssen es die besten Reformer machen. Und in den Parteien fehlen dann die besten, also muss man sich als externe Experten, als Parteiberater, als Regierungsberater, zukünftige Regierungsberater und Politikberater dazuholen, als Gäste. Und das tut man schon im Moment nicht mehr, ja, sondern es läuft so, wie es in jeder Partei läuft. Da gibt es einige Leute, die das Sagen haben und die vor allem das Verschweigen haben, die einfach die externen Reformer verschweigen. Und dann besteht die Partei nur aus letztendlich aus einigen wenigen Leuten und deren Abnickern. Mehr ist das dann nicht mehr. Und das ist wohl auch jetzt schon mit den neuen Parteien passiert, sodass sie dann, denn die Wahlprogramme, die da jetzt rausgekommen sind, sind von einigen, offensichtlich von einigen wenigen, leider nicht ausreichend kompetenten Leuten zusammengezimmert worden und dürften null Chancen bei der entscheidenden Wahl, Landtagswahl Baden-Württemberg haben. Ja, und dann muss man jetzt hier klicken auf, welche externen Reformer sind die besten. Das ist natürlich auch wieder unsere subjektive Empfehlung. Deswegen ist es ja auch wichtig, dass eine Partei, die basisorientiert arbeiten wollte, hätte offen bleiben müssen für alle, für weitere externe Reformer und so viel unendlich wie Möglichkeiten hätte es nicht gegeben, da die Liste wäre wahrscheinlich bei 20 gelandet. Und dann hätte man mit Ausscheidungswettbewerben und Diskussionsveranstaltungen mit Vertretern diese, oder mit Referaten über verschiedene Richtungen hätte man dann herauskonsensieren können, auf den harten Kern der wirklich ernstzunehmenden externen Reformer. Und man ist sich ja sogar einig, also zum Beispiel die WIR 2020 und die Basis, die Partei, die Basis, haben ja beide eine gewisse Affinität zur Gemeinwohlökonomie Christian Fellbers, die wir ja eben auch empfohlen hätten, zwar nicht als ausschlaggebende Sache, sondern als Diskussionsanreger für äußerst wertvoll und wichtig halten. Und natürlich uns selber auch als Diskussionsanreger, wobei wir hoffen, dass wir dann ausschlaggebend würden, weil wir die Einzigen sind, die sich Testwahlen gestellt haben und dann 56 Prozent erzielt haben. Also die Möglichkeit hätten, diese 56 Prozent auch zu übertragen auf die Parteien sozusagen. Prof. Niko Pech mit der Postwachstumsökonomie, mit dem Degrowth-Begriff, ja, der berühmteste Volkswirt, Prof. Hans-Werner Sinn, mindestens zum Thema Mindestlohn als Weg zur massenhaften Dauerarbeitslosigkeit, Tariflöhne und Gewerkschaften als Weg zur massenhaften Dauerarbeitslosigkeit und Langzeitarbeitslosigkeit? Und dann wäre interessant gewesen die Antwort der Wirtschaftsweisen des Sachverständigenrates der Bundesregierung, vertreten durch Prof. Achim Truger, der uns dann vielleicht erzählt hätte, warum er meint, dass Tariflöhne, Gewerkschaften und Mindestlöhne eben nicht die Ursache seien für Massen an Dauerarbeitslosen. Und dann hätte man, müsste, sollte man kontrovers hören, also die urmatriarchalen Vorstellungen, der nextscientistsforfuture.de und die modernen Matriarchatsvorstellungen von Prof. Dr. Heide Göttner-Abendroth, die Überlegungen von Prof. Franz de Waal und Erkenntnisse und Einsichten zum Thema tierliches Matriarchat bei Bonobos und dann Ottmar Latthorff, wieder das moderne Matriarchat. Das hätte alles kontrovers diskutiert werden sollen und dann daraus sozusagen konsensierbare Programmpunkte gemacht werden. Hier geht es also um das Thema einfach, wie war eventuell, wie ist eventuell unsere genetisch immer noch gegebene, Gene, Gene verändern sich langsam über die Zeit, Gen-Pools verändern sich langsam über die Zeit, aber es ist zu vermuten, dass in uns noch dieses, dieser matriarchale Bonobo-Kommunen, das matriarchale Bonobo-Kommunenleben oder manche würden sagen matriarchale Clanleben, nennen wir es lieber das matriarchale Bonobo-Kommunenleben, steckt möglicherweise noch in unseren Genen und würde dann also quasi unsere Hauptglücksquelle bedeuten, die eben unterdrückt wurde, weil wir als Konsumenten gebraucht wurden und nicht als glückliche, zufriedene Nicht-Konsumenten. Und Christian Zimmermann wäre noch interessant, der Präsident als Arzt, der Präsident des Patientenverbandes mit seiner Gesundheitsreform, wäre noch mal ein Diskussionsanreger gewesen. Und jetzt müssten natürlich, hätten die Parteien noch weitere benennen müssen oder noch andere Leute, die sich melden, sofort auf die Liste nehmen müssen, ohne zu zensieren. Und genau das ist alles nicht geschehen. Also quasi, es gibt wohl offensichtlich keine interne Liste von externen Reformern, sondern am Ende läuft alles genau so, wie sich das einige wenige Leute in der Partei denken. und damit ist die Sache erledigt und letztendlich wahrscheinlich sozusagen, letztendlich wahrscheinlich ob, 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 jetzt bin ich hier falsch, wahrscheinlich am Ende. Ja, denn wenige Personen verschweigen der Basis der jeweiligen Parteien die Angebote der externen Reformer, die Vorschlagsliste der externen Reformer, also und letztendlich wird überhaupt keine Liste der externen Reformer überhaupt gepflegt und aufgemacht und damit entscheiden diese wenigen Personen, damit läuft im Prinzip alles nach den mehr oder weniger versteckten Reformvorstellungen dieser einigen wenigen Personen und damit sind die Parteien möglicherweise schon am Ende. Und das war es dann. Und deswegen gibt es dann wohl nur die Möglichkeit, dass die Fans der acht externen Reformer eine neue Partei aufmachen müssen. Das heißt, also all die, die ich eben vorgelesen habe, alle die Fans sind von Professor Hans-Werner Sinn, Professor Nico Pech, Professor Achim Truger von den Wirtschaftsweisen, Next Scientists for Future, Gemeinwohlökonomie und, 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 ja, Dr. Heidegöttner-Abendrot und Matriarchatsforschung und so weiter, die müssen jetzt eigentlich, denen bleibt jetzt eigentlich nichts anderes übrig, dass sie, und die auch Fans von Next Scientists for Future sind, die, dass da einzelne Fans eine neue Partei aufmachen müssen, die dann diese überlegene Kompetenz hat, die wird wieder das Problem haben, dass ja dann die prominenten Persönlichkeiten wieder fehlen und dann haben wir wieder das Dilemma. Aber das ist die einzige Chance. Es müssen mal jetzt irgendwelche Fans, müssten versuchen, mindestens mal die Fans der acht externen Reformer dieser Liste mindestens mal anzusprechen und zu sammeln als Parteimitglieder, in der Hoffnung, dass dann ja auch alle die prominenten Personen dieser acht externen Reformer für die Talkshows zur Verfügung stehen. Das Format ist ja da. Es gibt ja diesen neuen Markus Lanz des Internetfernsehens und der würde diese dann auch alle einladen und dann wäre das wählbar und es hätte auch Öffentlichkeitsarbeit. Aber natürlich wäre es dann auch nach wie vor entscheidend, ob dann eine wirklich sehr prominente Persönlichkeit dann auch noch dazukäme, sozusagen. Denn die Frage ist, ob man genügend Klicks wird erreichen können auf diesem Wege. Und jetzt müssen wir aber wieder zurück zu dem Punkt kommen, denn das alles war ja jetzt eigentlich dann wieder nur Technik und Parteitechnik und Wahltechnik. Entscheidend ist doch, liebe Wählerinnen, wie wollen und sollen denn diese externen Reformer, diese mindestens acht, die Liste der mindestens acht, wie soll die ihr Leben viel glücklicher, viel gesünder, viel länger, viel reicher machen. Und dazu müssen wir hier sozusagen darauf eingehen, nochmal vielleicht für Sie jetzt nochmal am interessantesten, dass wir darauf eingehen, vielleicht noch als kurze Vorabinformation, es gab ein sehr gutes Telefonat oder ein nettes Telefonat mit einem Landesvorstand der Partei WIR 2020, die das dann auch an den Bundesvorstand weiterreichen wollte und will und möchte. In der Hoffnung, dass das geschieht. Das ist wieder genau derselbe Punkt, und da sind wir wieder an genau demselben Punkt. Nämlich, wenn wieder dieser Landesvorstand, wenn der das weitergibt und der Bundesvorstand das richtig machen würde und eine Liste der externen Reformer führt und macht und der Parteibasis zur Verfügung stellt, dann kann da was geschehen. Und wenn das aber der Bundesvorstand verschweigt gegenüber der Parteibasis, dann ist es eben auch bei WIR 2020 so, dass allein einige wenige Personen nach Gutdünken verschweigen und durch dieses Verschweigen alles, jegliches basisdemokratische Element von vornherein ausgehebelt ist, weil die Basis der Partei ja dann gar nichts erfährt von der Liste, von einer möglichen Liste möglicher externer Reformer. Und dadurch ist dann alles am Ende. Aber jetzt wieder zurück zu der Frage, wie wollen die ihr Leben besser machen, all diese und sollen diese externen Reformer, wie soll eine solche Liste externer Reformer oder zukünftiger Regierungsberater ihr Leben besser machen? Fragen wir uns doch erst einmal, liebe Wählerinnen, wie wird denn ihr Leben zerstört? Bei Corona und Schweinegrippe ist Folgendes passiert. Und dieses Beispiel, wir benutzen also dieses Beispiel einfach nur, um Ihnen das zu verdeutlichen. Jemand muss in einem verrückten Wirtschaftssystem, das nicht gemeinwohlorientiert ist, muss Geld verdienen. Er hat zufällig in seinem Kopf, aufgrund einer langen Evolution in diese Richtung, hat er zufällig bestimmte Irrtümer im Kopf, die extrem wirksam sind als vorteilbringende Irrtümer im Kopf. Nämlich er glaubt so Dinger wie sein Irrtum lautet, Viren und winzige Dinge sind die wichtigste Krankheitsursache überhaupt. Immunsystemstärkung, Krankheitsverhinderung, Gesundheitsförderung durch gesunde Nahrung, ungiftige Nahrung, ungiftige Luft, ungiftiges Wasser, naturbelassener Lebensstil, bewegungsreicher Lebensstil und, und, und. Das alles spielt alles keine große Rolle. Alleinige Rolle spielen, dass die Leute möglichst viele Impfungen und Tests kaufen, denn dann sind sie vor diesen winzigen Dingern geschützt. Dieser Irrtum, dieser vorteilbringende Irrtum oder Aberglaube, antinaturwissenschaftliche Aberglaube sozusagen, der geschäftsmäßige Aberglaube der Medizin, also dieser vorteilbringende Irrtum, wird in die Köpfe der Welt gebracht, in die Köpfe aller Politiker, in die Köpfe der Weltbevölkerung gebracht und wirkt dort dann, während er für den Urheber als vorteilbringender Irrtum wirkt, wirkt er in den Köpfen aller anderen ausschließlich als parasitäres, schmarotzerisches Mem, als parasitäres Mem, als Killer-Virus des Geistes und manipuliert die dahin, möglichst viele Impfungen und Tests zu kaufen, womit dann der Geschäftszweck erfüllt wäre. Und Glück, Gesundheit und Reichtum sind beschädigt worden. Das heißt, Sie als Wählerinnen haben dadurch meistens viel Geld verloren, nicht alle, und Sie haben sehr viel Glück und Lebensfreude verloren und Sie haben sehr viel Gesundheit verloren, weil Sie zum Beispiel zu wenig Sport machen konnten und so weiter und dadurch auch Ihre Gesundheit gelitten hat. Ja, und so läuft das immer. In allen anderen Bereichen der Gesellschaft läuft es immer so. Jemand muss Geld verdienen, dann kommt es dazu, dass der antikooperative Anteil sich ausbreitet, Sie als Bürger manipuliert werden durch parasitäre Meme oder Killer-Viren, Ihr Leben zerstört wird und Ihre Bereitschaft erhöht wird, zu konsumieren, in diesem Falle Impfungen und Tests zu konsumieren. Und am Ende bleiben Sie zurück und sind geschädigt worden, dadurch, dass wir eben nicht in einer kooperativen, gemeinwohlorientierten, vollkooperativen Gesellschaft leben, sondern in einer antikooperativen Gesellschaft, die also nur, wo die kooperativen Anteile nur sehr klein sind und die antikooperativen Anteile sehr groß sind. Das heißt, jede Sparte kooperiert zu kleinen Teilen mit Ihnen und zum größeren Teil schadet Ihnen jede Sparte der Gesellschaft antikooperativ. Und das muss man beenden, indem man starke, positive Anreize gezielt setzt. Das ist jetzt der Reformvorschlag und Parteiprogrammsvorschlag, jetzt in dem Falle der nextscientistforfuture.de, dass man eben Gutes tun gezielt durch positive Anreize belohnen muss, damit der antikooperative Anteil verschwindet. Also wenn Gesundheitsförderung, Immunsystemsteigerung und Krankheitsverhinderung gezielt belohnt geworden wäre, dann wäre niemand gezwungen gewesen, ein Geschäft auf Kosten Ihres Glückes, Ihrer Gesundheit und Ihres Reichtums tätigen zu müssen. Also die Ursache von allem ist das Fehlen dieser positiven Anreize, dieser starken positiven Anreize, die Geld verdienen durch gutes Tun ermöglicht hätten und die Wirtschaft nicht gezwungen hätten, Geld durch schlechtes Tun, also durch antikooperatives Verhalten verdienen zu müssen, auf Ihre Kosten sozusagen. Ja, liebe Wählerinnen, das ist eigentlich die gesamte Geschichte. Und wenn Krankheitsverhinderung und Gesundheitsförderung Immunsystemstärkung Geld bringt, dann wird eben in der Praxis, hätte man jetzt bei Corona, hätten sich alle um die Stärkung ihres Immunsystems gekümmert, statt um den maximalen Verkauf von Tests und Impfungen. Aber die Welt verhält sich genau so, wie es durch das Fehlen dieser positiven Anreize erzwungen wird. Man verkauft ihnen Tests und Impfungen und ruiniert dafür ihr gesamtes Leben. Und jetzt nochmal kurz zurück zur Politik, also nochmal zu dem, was wir befürchten, aber hoffen, dass es nicht wahr wird, nämlich dass die Parteien jetzt schon kaputt sind, die Neuparteien. Die Parteileitung filtert vor, verengt die Denkräume auf die eigenen. Dadurch bleibt wie immer übrig eine Parteileitung und ihre Abnicker, sozusagen. Mehr bleibt nicht übrig und das scheint auch jetzt schon wieder so geschehen zu sein. Die Basisdemokratie oder der Wunsch nach Basisdemokratie bleibt als Worthülse zurück, weil letztendlich einzelne Personen verschwiegen haben, das Thema verschwiegen haben der Wichtigkeit einer Liste der externen Reformer und verschwiegen haben, den Parteien klarzumachen, dass die besten externen Reformer grundsätzlich niemals Parteimitglied werden wollen, weil sie dann sich sozusagen in eine ganz enge Zwangsschublade begeben müssten und das machen die besten kompetenten Reformer niemals. Sie kriegen so Leute wie den Professor Hans-Werner Sindert eben nicht dazu, jemals Mitglied einer Partei zu werden. Das würde ihrer Vorstellung davon, dass sie mit ihrer besonderen Kompetenz allen zur Verfügung stehen müssen, nicht entsprechen. Und deswegen muss es immer so sein, dass eine Partei, wenn sie gut sein will, muss sie eine Liste externe Reformer führen und pflegen und abarbeiten. Und wenn jetzt deswegen an alle Fans dieser acht, die ich vorhin vorgelesen habe, diese mindestens acht externen Reformer, bitte machen sie sofort eine eigene Partei auf und machen sie nur ein Thema. Das Einladen zu Talkshows beim neuen Markus Krall dieser mindestens acht externen Reformer und dann machen sie daraus ein Parteiprogramm und dann haben sie Chancen auf 56% zu kommen. Anders geht es nicht und nur so können die Parteien, die Basis und wir 2020 sich jetzt noch einmal retten, indem sie auf diesen richtigen Weg wieder zurückfinden oder oder erstmals finden, denn irgendwie sozusagen ist das nicht richtig hängen geblieben, was ich in allen Gesprächen mit den Parteioberen der neuen Parteien besprochen habe, nämlich dass letztendlich ist dieser Gedanke nicht so angekommen, dass eine neue Partei nur erfolgreich sein sind, wenn sie eine Liste externer Reformer pflegt und abarbeitet und zwar am besten mit einer Parteibasis, die möglichst nah dem Ideale einer repräsentativen Wählerstichprobe nachher kommt, weil dann quasi die Entscheidung der Parteibasis eine Vorwegnahme der Wahlentscheidungen der Wähler wäre. So, dann gehen wir noch mal auf zum Beispiel wenn jetzt jemand auf die Liste der externen Reformer vorgeschlagen hätte, Markus Krall, dann hätten wir das dagegen geantwortet, nicht gegen die Tatsache des Draufsetzens auf die Liste, weil das sollte man nicht zensieren, sondern nur, wir hätten dann geantwortet, ja der Grundgedanke von Markus Krall ist mit einem Satz zusammenfassbar, sollen doch die Armen gefälligst mal so eben Verantwortung übernehmen, alle Werbebotschaften als Irrtum durchschauen, also wundersam zu Genies werden, alle Werbebotschaften, die noch so, alle noch so raffinierten Werbebotschaften der klügsten Werbetechniker als Irrtum durchschauen und ihre Kinder völlig gegen den Trend gesund ernähren. Und dazu können wir nur sagen, unrealistischer geht's nicht. Hier wird die Tatsache der unterschiedlichen Leistungsfähigkeiten von unterschiedlich großen Gehirnen verleugnet. Es wird die, man ist blind für den antikooperativen Anteil, man sieht nicht, dass der eine Teil der Wirtschaft versucht, die anderen in die Irre zu führen und zum Konsum von krankmachenden Billiglebensmitteln zu verführen, weil der Profit dann maximal wird. Und dadurch sozusagen durch dieses völlige Verleugnen der naturwissenschaftlichen Tatsachen redet man sich eine Einfachkonzeption, der Markt richtet alles, sozusagen, die redet man sich schön, in Wirklichkeit ist der Markt der größte Zerstörer von allem. Und das ist das Dilemma des Ganzen. Also, ich fasse zusammen, liebe WählerInnen, wie sollten die acht, mindestens acht externen Reformer ihr Leben besser machen, indem sie die fehlenden positiven Anreize mit 50-jähriger, über 50-jähriger Wissenschaftserfahrung so gekonnt und so gezielt setzen, dass tatsächlich die Kooperationspartner in der Gesellschaft wie Hausärzte, Marktleiter, Restaurantleiter, Kioskleiter und, 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 all die anderen, die Firmen und so weiter, all die möglichen, alles diese Kooperationspartner, wie die davon wegkommen, von den antikooperativen Anteilen in ihren Kooperationsbemühungen, wie sie diese verlieren, sozusagen, und am Ende eine 99,9 prozentige Kooperation übrig bleibt und der antikooperative Anteil auf fast null geschrumpft ist, sozusagen. Und, und das ist deswegen für sie so wichtig, liebe Wählerinnen, weil sie vielleicht denken, dass der antikooperative Anteil 10%, 20% umfassen würde, während in Wirklichkeit eher wahrscheinlich der antikooperative Anteil überall eher bei 90% oder 80% liegen dürfte, sodass sie in Wirklichkeit durch jede dieser Kooperationen irgendwo in der Summe mehr geschädigt werden, als ihnen genutzt wird. Wenn sie sozusagen selbst mit einem ganz kleinen Fleckchen Land, einem größeren Garten sich ihr Essen selber anbauen würden, anstatt zur Arbeit zu gehen, sozusagen, dann hätten sie wahrscheinlich in der Summe ein viel gesünderes Leben, als dass sie jetzt arbeiten gehen und sich dann im Supermarkt mehr oder mehr also letztendlich ungeheuer giftige und gesundheitsschädliche Nahrung holen, das ist sozusagen da, das Problem ist, warum sie das machen, sie machen das deswegen, weil sie selbst sozusagen eben in dem Irrtum sich befinden, dass der antikooperative Anteil vielleicht nur 20% ausmachen würde, aber er in Wirklichkeit eher 90% ausmacht. Also die Schädigung durch die Schädlichkeit, mit der der Arzt sie sozusagen eventuell in einen Prozess hineinsteuert, ohne böse Absicht, der am Ende damit endet, dass sie zu Tode operiert und zu Tode schemotherapiert und zu Tode bestrahlt werden, dass sozusagen das unterschätzen sie und diese Gefahr unterschätzen sie um den Faktor 1000 letztendlich. Ja, von daher, aber das war es dann, also, diese externen Reformer sind ihre einzige Chance, die können als einzige positive Anreize so gezielt setzen, dass alle um sie herum aufhören mit dem antikooperativen Verhalten und zu 99,9%igen kooperativen Verhalten finden und dadurch für sie ein paradiesisches neues Leben beginnen kann. Ja, deswegen machen sie eine neue Partei auf und machen sie nur eine Geschichte, machen sie eine Liste der externen Reformer auf und arbeiten sie diese in Talkshows ab und laden sie die prominenten Personen ein und beziehen sie als Partei erst einmal überhaupt keine Stellung außer dass sie natürlich versuchen sollten parallel dazu durch lange Gespräche mit den Bewerbern für die Partei für die Parteimitgliedschaft herauszufinden ob diese ob die im Endeffekt ungefähr eine repräsentative Wählerstichprobe bilden können denn wenn die Parteimitglieder die ja ganz am Ende über ein Parteiprogramm entscheiden müssen das über die Programmpunkt Vorschläge der externen Reformer letztendlich ja entscheiden muss wenn dann sozusagen ihre Parteibasis keine repräsentative Wählerstichprobe ist dann wird das halt auch wieder scheitern sie müssen also zwei Aufgaben machen eine Liste der externen Reformer führen und abarbeiten in Talkshows und sie müssen so viele Mitglieder aufnehmen wie sie brauchen um alle Kandidaten Positionen also um richtig wählbar zu sein um richtig wählbar bei allen Parteien zu sein müssen sie also ja eine dafür ausreichende Zahl an Parteimitgliedern aufnehmen aber nur diese sie sollten dann also sie sollten nicht mehr Parteimitglieder aufnehmen sondern nur diese die anderen nur als sozusagen ja letztendlich als passive Parteimitglieder aufnehmen die wo man sich über die Spenden freut für das Projekt also die Mitgliedsbeiträge als Spenden versteht aber wo die nicht mit abstimmen dürfen weil sie sonst eventuell es wieder nicht hinkriegen eine repräsentative Wählerstichprobe zusammen zu stellen die aus Leuten besteht die keine anderen Interessen haben als mit klugem Menschenverstand herauszufiltern welche der Programmpunkt Vorschläge der unterschiedlichen externen Reformer würde mein Leben besser am besten machen oder besser glücklicher machen besser reicher machen besser länger und gesünder machen als das als die anderen Reform Programmpunkt Vorschläge ja so könnte man eben es hinbekommen dass wirklich eine gute Partei entsteht und nicht wieder nur irgendeine scheiternde Partei entsteht ja liebe Wählerinnen und Wähler sie haben es in der Hand die externen Reformer dürfen weder sie müssen sich das auch so vorstellen beim Weltrat zum Beispiel die Professoren sind alle nur deswegen eingetreten in den Weltrat weil dieser Weltrat überparteilich und unparteiisch sein muss allen Parteien zur Verfügung stehen muss unterschiedslos höchstens Unterschiede machen darf vielleicht dann wenn man sozusagen sich für eine Partei dann am Ende entscheidet die die größten Erfolgsaussichten hat sozusagen da kann es dann sozusagen eine Konzentration auch auf eine Partei geben aber nicht von Anfang an sondern erst am Ende eines Prozesses am Ende dessen ist dann klar geworden ist welche Partei eigentlich die einzige ist mit Überlebenschancen oder mit Erfolgschancen ja ich hoffe sie als Wählerinnen machen das Richtige und und entscheiden sich dazu eine neue Partei aufzumachen oder in die Basis oder wir oder wir 2020 zu gehen oder und oder wir 2020 zu gehen und dort zu sagen ja okay ich trete gleich wieder aus wenn ihr euch nicht endlich daran macht sorgfältig eine Liste der externen Reformer zu führen und abzuarbeiten und zwar basisdemokratisch oder zumindest mal irgendwie in der Hoffnung dann dass in den Parteien dort dass die Mitglied die Mitglieder so etwas wie eine repräsentative Wählerstichprobe halbwegs abbilden können ja tschüssi bis bald das war's für jetzt ach übrigens in den in den in der Playlist fünf der News und Talks sind wieder viele neue Sendungen da ist auch der Auftritt von David Sieber bei Prunk Preradovic es ist aber auch vom Weltrat nochmal die schöne Neuaufmachung sozusagen der der größten des größten Interviews mit dem größten Magazin das also die über den Weltrat berichtet hat über die Next Scientists for Future berichtet hat ist da also auch nochmal drin also wie immer finden Sie die wichtigsten Sendungen auf diesem besten Sender News und Talks Playlist fünf also immer die neueste Playlist und da am Ende gucken ja das war's wieder für diese wissenschaftliche Tagesschau heute die sich der Parteienfrage wieder gewidmet hat